Liebe Zürcherinnen, liebe Zürcher, die Vorgaben des Bundesrats und unser gemeinsames Handeln, unsere gemeinsamen Anstrengungen haben gewirkt. Es ist uns gelungen, die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Dank diesem grossen Erfolg können wir die Massnahmen gegen die Pandemie jetzt Schritt für Schritt lockern. Die ersten Schritte in Richtung Normalität sind für uns alle enorm wichtig. Für uns selber, aber gerade auch für das Gewerbe und für unsere Wirtschaft. Unsere städtische Wirtschaft soll auch in Zukunft eine starke und eine vielfältige sein. Darum unterstützt der Stadtrat ergänzend zum Bund und zum Kanton das Gewerbe und die besonders betroffenen Menschen weiterhin. Staatliche Hilfe braucht es trotz der Lockerungen und trotz der grossen Innovationskraft von unseren Zürcher Unternehmungen immer noch. Zum Beispiel bei den Restaurants und bei den Cafés. Viele von Ihnen dürfen jetzt wieder offen haben, aber von Ihrem ursprünglichen Umsatz sind Sie noch weit entfernt. Darum unterstützen wir Sie. Wir bekommen Gastrobetriebe in den städtischen Liegenschaften wie auch anderen Gewerbebetrieben bei der Miete entgegen. Und den Restaurants haben wir ermöglicht, Ihre Aussenbereiche zu vergrössern. So können Sie den Abstand, den gefordert ist, einhalten, Ihre Gäste schützen, ohne aber dass Sie die Zahl der Tische allzu fest reduzieren müssen. Liebe Zürcherinnen, liebe Zürcher, ich danke Ihnen, wenn Sie als Gewerbe, in Ihrem Quartier, in Ihrer Stadt, in dieser schwierigen Zeit unterstützen. Es braucht weiterhin unsere Solidarität. Für unser Gewerbe, für unsere Wirtschaft, für unsere ganze Gesellschaft. Wir haben in den letzten zwei Monaten viel erreicht. Aber wir sind nach wie vor in einer Phase der Unsicherheit. Die Neuansteckungen sind in den letzten Tagen stark zurückgegangen, aber sie sind nicht bei Null. Ein einziger Mensch kann viele andere anstecken. Wir haben im März gesehen, wie schnell das gehen kann. Neun Wochen hat der harte Lockdown gedauert. Und viele von uns haben in dieser Zeit gelitten, finanziell, persönlich oder auch seelisch. Bitte helfen Sie mit, dass wir nicht in einen Lockdown zurückfallen. Bitte halten Sie darum weiterhin Abstand, waschen Sie regelmässig die Hände, versuchen Sie mit möglichst wenigen Leuten Kontakt zu haben. Wenn Sie die Distanz von zwei Metern zu anderen nicht einhalten können, z.B. im Tram oder Bus, dann tragen Sie zur Sicherheit bitte eine Maske. Wenn Sie glauben, dass Sie Symptome von einer Covid-Infektion haben, rufen Sie Ihre Arztpraxis an und lassen Sie sich testen. Wenn Sie Kontakt zu jemandem hatten, der positiv getestet worden ist, dann halten Sie bitte Abstand, bleiben Sie, wenn immer möglich, ein paar Tage zu Hause. Ja, wir haben viel erreicht. Unser Land hat aber auch einen hohen Preis dafür gezahlt. Hätten wir bitte alle fest zur Sorge, dass es jetzt gut weitergeht. Wir müssen uns immer noch einschränken. In der Art, wie wir leben, wie wir arbeiten, wie wir uns in der Stadt bewegen und wie wir unsere Beziehungen pflegen. Die Einschränkungen verlangen viel von uns. Aber der Erfolg gibt uns Recht. Wir müssen jetzt alle dranbleiben. Im Namen des ganzen Stadtrats danke ich Ihnen, liebe Zürcherinnen, liebe Zürcher von Herzen, für Ihr grosses Engagement und für Ihre Solidarität. Schützen Sie sich und schützen Sie andere.